Hallo meine lieben Freunde, heute mache ich wieder eine Übung mit Ball, die zweite ohne Ball, das heißt umgekehrt die erste ohne Ball, die zweite mit Ball. So, wir setzen uns mal gemütlich hin, nehmen die Knie, die Beine ein bisschen in die Höhe und kommen nicht auf, es ist nicht so leicht. Und kreisen ein bisschen die Knie, bei mir ist das auch kein kreisen, sondern eher etwas zackig. So, wer kommt es drauf, wer es nachmachen will, nichts übertreiben und man wird wahrscheinlich darauf kommen, dass es gar nicht so leicht ist. So, hier sind ein paar Übungen, um ein bisschen Gleichgewicht zu trainieren, aber auch Muskeln, man glaubt es nicht nur dringend, dabei wirklich die Muskeln, auch wenn man kein Sixpack bekommt und den doch alles. Soaaa und jetzt für die zweite Übung ... ... ..